Ja, wir haben auf zwei Art und Weisen reagiert. Parlamentarisch zum einen haben wir eine Aktuelle Stunde beantragt, in der wir das Thema eben ausführlich diskutiert haben und das Problem, dass wir es da mit ganz klassischer Wirtschaftsspionage zu tun haben, formuliert haben zum einen. Und zum anderen haben wir, also sprich mehrere Abgeordnete der Piratenfraktion, Strafanzeige gestellt, weil wir der Meinung sind, dass die Verantwortlichen, die da also mitgewirkt haben an dieser Spionage, dafür auch strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden müssen. Nun ist das auch ein Thema, was Nordrhein-Westfalen ganz unmittelbar betrifft, weil auch nordrhein-westfälische Unternehmen von dieser Spionage betroffen sind. Also zum einen die Telekommunikationsunternehmen, die in Nordrhein-Westfalen ansässig sind, die Deutsche Telekom zum Beispiel. Zum anderen aber auch das DZIX, also der größte deutsche Internetknoten mit seinem Rechenzentrum in Frankfurt, der hat seinen Sitz in Köln. Auch der ist seitens des BND sozusagen angeordnet worden mitzuwirken. Und die zeigen sich also auch sehr überrascht, was da alles in ihren Daten abgegriffen worden ist. DZIX zum Beispiel hat auch seinerseits Strafanzeige gestellt. Ja, der Bundesnachrichtendienst hat ein ganz bedenkliches Eigenleben entwickelt. Und es zeigt sich eben, dass er offenbar nicht unter parlamentarischer Kontrolle oder überhaupt nicht so richtig unter Kontrolle steht. Also mindestens muss er an eine deutlich kürzere Leine gelegt werden. Die Kontrolle muss intensiviert werden. Und wenn das nicht geht, dann bleibt nichts anderes übrig, als den Bundesnachrichtendienst und andere deutsche Geheimdienste aufzulösen. Und die Aufgaben dann eben notfalls an eine neue, aber demokratisch kontrollierbare Institution zu vergeben.